Sie arbeiten unermüdlich am richtigen Umgang mit Computern und Daten aller Art. Die Mitglieder der Chaos Computer Clubs. Derzeit treffen sich 15.000 von ihnen in Leipzig, um auf Lücken im System aufmerksam zu machen. Apps, die nicht sicher sind, Online-Banking per Handy und auch die ach so beliebten Sprachassistenzsysteme. Was für ein Wort aller Alexa haben Tücken und Datenlücken. Alexa, kaufe Milch. Ich habe Milch zu deiner Einkaufsliste hinzugefügt. Sie ist eine persönliche Assistentin, verspricht Amazon mit Alexa oder Google mit dem Produkt Google Home. Okay Google, was gibt's Neues? Hier sind die Nachrichten. Solche Sprachassistenzsysteme waren dieses Jahr der Hit unter dem Weihnachtsbaum. Beim Chaos Communication Kongress in Leipzig aber sieht man diese vermeintlichen elektronischen Helfer kritisch. Die Hacker warnen davor, sich solche Systeme oder, wie sie sagen, Wanzen ins Wohnzimmer zu stellen. Die Geräte können ja schon heute unterscheiden zwischen verschiedenen Menschen, die miteinander sprechen. Und die Stimme ist nun mal ein biometrisches Merkmal. Was auch bedeutet, dass sie andere Informationen als nur das Gesagte transportiert. Zum Beispiel, wie alt jemand ist, ob man gerade aufgeregt ist oder erfreut oder ärgerlich. Ein Dauerthema auf dem Kongress der Computerexperten ist das Online-Banking. Immer wieder machen die Hacker auf Risiken aufmerksam. Jüngstes Beispiel, Sicherheitslücken bei Online-Banking-Apps von 32 deutschen Banken. Ich glaube, dass gerade in dem Bereich von Online-Banking sich die betroffenen Unternehmen an die eigene Nase schon fassen müssen. Dass sie mehr in die IT-Sicherheit investieren müssen, halte ich für eine sehr wichtige, auch eine zukünftige Aufgabe. Die Hacker raten nicht grundsätzlich vom Online-Banking ab, aber Verbraucher sollten sich vor der Nutzung genau informieren und eventuell Sicherheitsmaßnahmen treffen. Grundsätzlich würde ich ein Limit einrichten, das heißt die maximale Überweisung pro Tag bzw. pro Überweisung limitieren. Und das Zweite ist, man sollte darauf achten, dass der Token, mit dem die Überweisung bestätigt wird, im Allgemeinen eine Tarn, ein sicheres Verfahren ist. Das M-Tarn-Verfahren, also dass man das per SMS auf sein Handy schickt, gehört inzwischen nicht mehr dazu. In Sachen Sprachassistenzsystemen raten die Hacker übrigens zu einer radikalen Lösung. Okay Google, Selbstzerstörung aktivieren. Okay, kleinen Moment. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Vielen Dank.